Tag 45 in Milfones. Das ist der Strand. Wir sind mit dem Fahrrad gerade hergefahren. Noch nicht einmal zwei Minuten. Ganz ordentlich. Leider heute ein bisschen diesig. Wir stehen hier im Sonnenschein. Dahinten ist alles mehr oder weniger diesig. Jetzt sind wir im Castello angekommen. Und da wird irgendwie den britischen Fliegern geehrt hier. Endlich was zu essen mit dem passenden Getränk. Das ist der Weg zum Strand zum Atlantik. Mit viel Geblühe und Gebüsche und Gemache und haben. Am Ende des Weges findet man dann schließlich das Meer. Mit ganzen zwei Leuten am Strand. Einer hinten am Horizont und einer der hier wies. Ansonsten sind wir hier ganz alleine. Hoch, da ist ja noch jemand. Juhu. So, hier fließt jetzt praktisch, ganz praktisch, das Meer und der Fluss zusammen. Hier haben wir eine Fluss. Hier haben wir, weiß ich nicht, irgendeine Siegerstatue. Und dann dahinter haben wir das Meer. Da geht es den Fluss entlang. Da hinten ist die Brücke, über die wir angewandt sind. Bis zumal. Bis zumal.